Wir sind hier gerade auf der Boot & Fun in Berlin am Stand von Joulepeak. Und Joulepeak vertreibt Akkukonzepte in verschiedenen Varianten mit verschiedenen Spannungen. Lithium-Ionen-Akkus in Boxen in den ganz normal üblichen Varianten und unter anderem auch in solche stylischen Boxen. Das sind quasi nicht nur Batterien für Antriebe, sondern Multifunktionsboxen. Da ist dran 12 Volt Anschluss, da ist dran ein 230 Volt Stromanschluss. Hier unten zum Beispiel an der Steckdose hier verpackt mit dem Deckel, weil die sind IP67. Von daher auch wasserfest, also für den Maritimen Bereich super geeignet. Verschiedene Größen, 48 Volt, 24 Volt, verschiedene Kapazitäten, super stylisch, sehr, sehr leicht. Diese hier wiegt in etwa 40, 40, nee, stopp, falsche. Hier die 48 Volt Variante wiegt in etwa 40 Kilo. Also, wenn ihr dazu mal Fragen habt, da ist die Internetadresse. Schaut nach, holt euch Informationen, super tolle Teile. Bis bald!